Willkommen zurück Freunde auf dem Sephiron Plateau. Heute kämpfen wir gegen René und wie sein Avatar auf YouTube schon zeigt, ist Givaldro sein Signature Pokémon. Und natürlich hat das mitgenommen ein sehr stark aussehendes Team. Puh, da wird mir Angst und Bang meine Freunde, denn heute haben wir das andere Team dabei, was ich mitgenommen habe. Und das ist leider, naja, ebenso zusammengewürfelt wie das andere, nur ist das hier noch ein wenig, äh, ne, ihr wisst Bescheid. Noch ein wenig, naja, sag ich jetzt mal, ne. Schauen wir doch einfach mal, mit was starte ich denn. Soll ich mit Elliot, soll ich mit Elliot leaden? Ich könnte auch mit Thaddeus leaden, wenn er mit Tarnstein-Sumpex leadet. Können wir so machen, ne. Können wir tatsächlich machen. Okay, ich hoffe, dass der René mit seinem Sumpex leadet. Wenn ja, dann wäre das schon mal ziemlich nice für uns, denn dann können wir mit einem Gigasauger vierfach effektiv treffen und schon mal einen richtig großen Threat rausnehmen. Barstow, das ist nicht das Sumpex, aber in Ordnung, das ist auch in Ordnung, das ist auch gut, das ist sogar noch besser. Denn jetzt kann ich Stab-Siedewasser draufklatschen. Und ich habe fucking nochmal schon wieder vergessen, mir sein Team aufzuschreiben. Gag, digidi-dam. Okay, ich gehe ohne Umschweife auf den Siedewasser, kann mich wirklich rausswitchen. Er will nicht einen Burn tanken mit keinem seiner Pokémon. Burn? Nein, kein Burn, natürlich. Die Tarnsteine kommen raus. Wir können die Tarnsteine aber easy wegspinnen. Hat der Überreste? Ja, hat er. Okay. Äh, dödö, 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 dödö. Leute, Leute von Pokémon, macht mal irgendwie einen Update, dass man das Team vom Gegner sehen kann und es sich nicht immer aufschreiben muss. Das ist so nervig. Macht doch einfach mal eine Team-Preview, die man einfach so sehen kann. Übrigens, ich habe mein Team gar nicht gezeigt. Ne, so sieht es aus ungefähr. Wir haben, äh, Taddeus, Eisberg, Astlan, der fucking MVP aus Narnia, Flachzange, Grimlock und Elliot. So. So. Äh, dödö, dödö, dödö. Oh, wir haben gar keine Spinner. Es ist gar kein Spinner. Taddeus hat gar keine Dingens. Okay, dann gehen wir nochmal für ein Siegelwasser. Er schillert sich hoch. Okay. Interessant. So. Und ich schreibe mir mal hier sein blödes Team auf. God damn. Wo habe ich einen Zettel, Alter? Ich habe hier so viele Zettel, aber das sind Briefe von euch und die will ich nicht vollkritzeln. Na gut, nehmen wir mal das hier. So. Natürlich ruft er zurück. Also, er hatte Glade. Er hatte Sumpex. Er hatte... Äh, dieses Ding. Wie heißt es? Dreikopf. Diesen blöden Dino, Alter. Egal. Auf jeden Fall können wir jetzt mit einem Gigasauger töten. Wir outspeeden, Olli. Oh, er hat eine... God damn. Er hat eine Beere tatsächlich. In Ordnung. Er hat eine Beere dafür und kommt mit einem speziellen Sumpex daher. Alter Schwede. Okay. Zum Glück haben wir Offensivfeste drauf. Ähm... Soll ich Gigasaugen? Soll ich Gigasaugen? Na, das lohnt sich nicht. Er wird vermutlich rausswitchen und ein Siedewasser wird auch killen. Das heißt, wir können ihn auf einem Free-Switch in ertappen. Ne, Freunde? Das war echt ein guter Zug von ihm. Nur haben wir die Offensivfeste drauf und deswegen überleben wir das. Natürlich outspeeden wir und können Sumpex so rausnehmen. Auf jeden Fall ein super schöner Plan, aber da hat sich, äh, Taddeus durchgesetzt. Ja, jetzt ist die Frage. Holt er sein Gewaltrohr rein? Wenn ja, dann könnte ich mit einer Matschbombe raushauen. Ja, ich bin echt gespannt, was der René machen will. Genau, Gewaltrohr. Sumpex ist tot. Gewaltrohr. Äh, und was hat der noch? Sora? Ah, Staraptor. Okay. Äh, er wird vermutlich für einen Nahkampf gehen. Predicted den Eisberg. Aber ich gehe raus zu Grimlock, weil Grimlock Bedroher drauf hat. Warte mal, warum hat er mich nicht bedroht? Hat Staraptor nicht Bedroher? Hat Staraptor nicht Bedroher? Ich dachte immer, dass Staraptor Bedroher hat, aber okay. Ja, den Sturzflug werden wir vermutlich tanken. Ja, werden wir tanken, aber relativ böse sieht es aus. Ja, brauche ich, brauche ich Grimlock? Nein, eigentlich nicht. Grimlock wird ziemlich von allem outspeedet. Ich bräuchte aber das Ding noch, falls er mit Sora rausswitchen möchte. Habe ich die Recovery auf dem Ding? Nein, habe ich nichts. Naja, okay. Ich bleibe mal drin und gehe für eine Steinkante. Oder? Oder für einen Knuddler? Ja, komm, wir gehen für einen Knuddler. Ist okay. Wenn er eben raushaut, dann haut er raus. Ich glaube nicht, dass Grimlock hier etwas überleben wird. Ja, Staraptor ist super, super stark. Die Sache ist jetzt die... Ich mache mal etwas, was sehr, sehr riskant ist. Ich wechsle direkt zu Elliot. Deswegen muss er davon ausgehen, dass wir gescaved sind. Ich könnte ihn jetzt rausscaren. Ich hoffe, dass er rauswechselt. Und ansonsten müssten wir einen Nahkampf- oder einen Sturzflug tanken, da wir beides resisten. Alter, Dedenne gegen Staraptor. Dieses Match-Up, Alter. Er überlegt sich, in was er rauswechselt. Das bedeutet, er denkt, dass Elliot gescaved ist. Wir können also bluffen. Dabei ist Elliot nicht gescaved. Wir haben die Citro-Beere mit Backentaschen. Oder mit Wangen-Taschen? Wangen-Backen? Backen-Brot? Brot-Backen? Keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall, er überlegt sich gerade, was er macht. Ich habe meinen Move schon geklickt. Wir sind auf den Wall-Switch gegangen. Er ruft zurück. Er lässt sich rauskehren. Und wir bekommen die Switch-Advantage. Oh, natürlich hat er noch dieses Ding. Aber das ist vom Typen Gestein. Und wir machen doch ein bisschen Damage. Muss man doch schon sagen. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt? Können wir mit irgendetwas im Setupen? Ja, wir könnten mit Flachzange tatsächlich Setupen. Okay, ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, um zu Setupen. Denn mit Barstow kann er nicht viel machen. So, das ist Flachzange, ne? Checkt ihr den Witz? Es ist flach gedrückt durch den riesigen Stein. Und es hat zwei Zangen. Leider wird hier an der Stelle die Robustheit gebrochen. Aber, er kann uns nicht ausknocken mit einem Erdbeben, weil wir, weil es nur neutral ist, ne? So, wir gehen einfach mal für einen Hausbruch. Wir gehen für einen Hausbruch. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt müsste er die Plays machen. Ein Pokémon habe ich mir immer noch nicht aufgeschrieben. Was war dieses Pokémon? Ein Pokémon fehlt noch auf meiner Liste. Ja, wir bringen den René ein bisschen ins Schwitzen. Wir haben auf jeden Fall das Momentum. Er ruft zurück. Natürlich. Zu was? Zu Neji. Neji war's. Ah, natürlich. Ah, Neji habe ich vergessen, Alter. Ach, Goddamn. Okay, er ruft Neji rein. Die Sache ist nur die, soll ich für einen Steinhagel gehen? Nein, das wird resisted. Kreuzschere ebenfalls. Wir gehen für einen Erdbeben. Er wird von Mogelheap gehen, das ist ganz klar. Aber der wird resisted und, ne, ihr wisst Bescheid. Also, mhm. Und durch das, dass wir neutralen Damage tanken von Turmkick, weiß ich nicht, ob er reichen wird. Ganz ehrlich. Kann ich euch echt nicht sagen. Vor allem, weil das Ding halt eine physische, defensive wall ist. Wenn er dieses Erdbeben überhaupt überlebt. Und das tut er nicht. Und das war's mit Neji. Goddamn. Wird das ein Flachzangen-Sweep? Oder kann er uns noch aufhalten? Ja, das Momentum ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Das war's mit Neji. Er hat jetzt noch den Dreikopf. Gegen den haben wir aber ein Erdbeben. Gegen Gewaltrow haben wir eine Kreuzschere. Gegen Strapdoor haben wir Steine. Steinchen, die wir werfen können. Und gegen Galate haben wir, naja, eine neutrale Kreuzschere. So, äh, naja. Steinhagel, Coverage. Was will er tun? Will er für einen Ruck-Zuck-Keep gehen? Sora Out speedet uns nicht, weil wir sind auf... Wow, wir... Oh, wow. Wir verfehlen Steinhagel. Es ist keine Steinkante, es ist Steinhagel. Wow, ernsthaft. Das ist sowas von lame, Leute. Das ist sowas von lame. Es ist der erste Steinhagel, den wir mit diesem Pokémon einsetzen. Und wir verfehlen. Auf plus zwei, plus zwei. Wir hätten sein ganzes Team gesweept. Strapdoor, Steinhagel. Gewaltrow, äh, Kreuzschere. Drei, Kopf, vier, Trikephalo, was auch immer dieses Ding ist. Erdbeben und Galate, äh, Kreuzschere oder Erdbeben. Hätte easy gereicht. Und wir verfehlen mit Steinhagel. Ich habe extra nicht Steinkante genommen, weil Steinhagel mehr oder öfters trifft. Und wir bekommen direkt 10%. Alter, wie hart das gemattert hat, ne? Ja, jetzt haben wir keinen Bedroher-Grimlock mehr. Das ist, äh, scheiße. Aber in Ordnung. Er kann Eisberg nicht one-hitten. Er kann Eisberg nicht one-shotten. Ja, mit den Steinchen. Ah, fuck, Alter. Diese dreckigen Steinchen, Alter. Naja, egal. Wir gehen für eine Lawine. Mal schauen, was er tun wird. Ah, Gott, damn. Das ist lame. Wir hätten das Spiel an der Stelle gewonnen. Aber nein, Steinhagel verfehlt. Der einzige Move, der verfehlen kann im Set. Und er verfehlt. Meine Fresse, Alter. Er verfehlt ein Staraptor. Das ist echt lame, Mann. Das ist richtig lame. Okay. Dann wird das Battle eben noch ein wenig spannender gegen René. Wie anfangs gedacht. Dann müssen wir jetzt umdenken. Denn wir haben keinen... Äh, ne? Das Ding könnte jetzt ein Bandit-Nahkampf raushauen. Aber ich glaube, er ist Joyce, äh, Bandit. Und deswegen wird er auf Sturzflug gelockt sein. Das heißt, er müsste jetzt... Ne, er ist nicht gebandet. Ist er live auf? Habe ich den live auf verpasst? Auf jeden Fall frisst Eisberg einen sehr effektiven Nahkampf von diesem Ding. Und somit können wir Staraptor endlich rausnehmen. Der größte Threat im gegnerischen Team. Wir hätten den Damage nicht fressen müssen. Ne? Mit unserem Eisberg. Wenn der... Ne, ja. Ich höre jetzt darauf. Ich höre auf, darüber zu reden, Leute. Keine Sorge. Aber es nervt mich halt. Es nervt mich trotzdem, Alter. Immer müssen wir missen. Wann sind denn die Hexen mal für uns? Wann? Nie! Ja, und jetzt kommt Glade rein. Kann machen, eigentlich was er will. Und wir haben nichts mehr für Glade. Wir haben nichts mehr für Glade. Das war's. Das war das Battle. Er trifft Elliot. Elliot ist schwach genug, dass er es rausknockt mit einem Hit, weil... Ne, er wisst Bescheid. Aslan wird ebenfalls mit einem Hit getötet. Tadeus ebenfalls. Ja, GG. Nice. Er knockt jetzt vier Pokémon mit seinem Galagladi raus. Das ist echt scheiße, Leute. Das ist richtig behindert. Das ist richtig behindert. Tja. Tja, das war's. Meine Fresse, Alter. Ist das behindert, Alter. Nur wegen dem Steinchen, Mist. Steinhagl hat einmal gemisst und das hat mir das Game gekostet. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Echt lame, Alter. Richtig lame. Na egal. GG, René. Wir Outspeeden Galagladi? God damn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ja. Wow, er hat einen Gift-Hieb. Natürlich kriegt er keine Para. War ja klar. Die Hex. Die Hex. Wo kämen wir denn da hin, wenn die Hex für uns wären, ey? Heilige Mutter Maria. Naja, egal. Ich denke mal, dass wir mit Aslan Galagladi vielleicht noch rausnehmen können. Vielleicht. Wir haben Leben-Orb drauf und es ist nur ein normales Galagladi. Keine Beere mehr runter. Ja, nice. Ist schön. Er Outspeeden nicht mehr. Das bedeutet, mit dem Death-Drop... Ja, mit dem Death-Drop sollte es auf jeden Fall reichen. Ne? Außer wir verfehlen jetzt den Feuersturm. Watch me, miss. Fireblast. Now watch me, miss. My fireblast. Now watch me, miss. Miss. Ja gut. Was will er tun, ne? Was will er tun? Alter, so krass, was ein fucking Miss bewirken kann. Ein Steinchen-Miss. Krass, das ist unglaublich. Krass, alter. Ja, okay, das war's mit Glade. Jetzt wird er mit seinem Bolterus reinkommen. Was alles von uns resistet. Und leider weiß ich nicht mehr, was wir für eine Kraftreserve auf diesem Ding haben. Die Sache ist die. Ich glaube, es ist Kraftreserve Eis. Wenn er mega entwickelt, was er tun wird und die Kraftreserve Eis durchkommt. Wenn es eine Kraftreserve Eis ist. Dann haben wir eine Chance zu gewinnen. Ist es Kraftreserve Eis? Ja. Das war's mit Caleb. Fuck you. Oh shit, alter. God damn. Woo. That prediction. Wir hätten für Fireblast gehen können. Wäre aber nur neutral gewesen und hätte vermutlich nicht gereicht, um zu killen. Und wenn er nicht mega entwickelt hätte, hätte Kraftreserve Eis nicht ausgereicht. Ja, okay, generell können wir es jetzt eigentlich chillen. Wir können für einen Fireblast gehen. Auch wenn wir nicht... Warte mal, was ist denn das für ein... Wie hieß es? Keine Sorge, Freunde. Ich kalke nichts. Ich möchte nur wissen, was für einen Typen dieses Pokémon hat, weil ich es eigentlich nicht kenne. Gestein und Stahl. Das heißt, Feuersturm ist neutral und... Er geht von Protect. Okay. Er will Überreste stallen. Wir haben aber noch ein Tintoxi in der Hinterhand. Gestein und Stahl, ne? Ja. Wir haben noch ein Tintoxi in der Hinterhand, was mit Skald schon ein bisschen Damage machen kann. So, da kommt der Feuersturm. Wir treffen. Es ist Leben-Op-neutral. Es reicht nicht ganz. Toxin? Bro! Bro! Geh doch für ein... Geh doch für ein... What? Okay. Ja gut, jetzt wird er vermutlich protecten. Wird er protecten? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Battle noch irgendwie auf die Schippe nehmen soll, weil... Ja, er wird protecten. Okay. Ich hätte zu Tintoxi rauswechseln können und in der zweiten Runde einfach für den Gigasauger oder so, aber ich wollte nicht riskieren, dass er jetzt für den Erdbeben geht auf einmal und dann Tintoxi stirbt und er dann Aslan kombiniert mit Feuerblasten und Schutzschild runterstrahlt. So, Schallwelle kann ich leider nicht gehen, weil es vierfach resist... Ach komm, fuck it, Alter. Ich bin fucking Leben-Op-Stab-Schallwelle. Auch wenn es vierfach resistent wird, das Ding ist... Er überlebt es. Er überlebt es tatsächlich! Und jetzt geht er von Eisenschädel. Oh, damn, Alter. Na ja, okay. Wenigstens knockt er mich jetzt raus. Ja, komm schon. Aslan, Alter. Ich bin enttäuscht von dir. Meine Fresse. Wahlglas hätte gereicht, aber natürlich Leben-Op nicht. Das Ding ist physisch wie auch speziell defensiv nicht schlecht aufgestellt, Leute. So, Tintoxi outspeedet aber auf jeden Fall Barstow. Wir kriegen zwar noch Tarnsteinschaden, aber er wird uns nicht mehr mit keinem einzigen Move outspeeden können. Wir gehen für einen Stab-Siedelwasser, was sehr effektiv ist und... Ich glaube nicht, dass er... Keine Ahnung. Warum stallt er? Warum denkt er, dass er ein Siedelwasser überlebt oder dass er outspeedet oder... Das... Der Protect war relativ unnötig. Aber okay. René. GG. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, dieses Battle wurde auf jeden Fall nochmal um einiges spannender, als es hätte sein sollen. Der Steinhagelmiss hat richtig hart gemattert. Wir hätten easy durch sein Team sweepen können. Aber anstattdessen fanden wir uns vor einem wütenden Staraptor wieder. Und einem gelade, der ziemlich alles aus unserem Team getötet hat. An der Stelle hat uns Elliot, der kleine Strolch, gerettet mit seinem Wangenrubbler. So, dass wir in der zweiten Runde seinen Galagladi outspeeden konnten und es töten konnten. Und somit haben wir mit einer Prediction Kraftreserve Eis sein Gewaldroh noch runterbekommen. Alter Schwede, was für ein Battle. Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Battle gefallen hat. Und schaut euch beim nächsten Mal wieder rein. Wir werden bald wieder streamen. Also schaut auf Twitch, ne. Wenn ihr noch nicht abonniert habt oder gefollowt habt, dann followt da auf jeden Fall. Ihr müsst dabei sein, wenn wir wieder mal battlen. Denn bald gibt es wieder einen richtig großen WiFi-Battle-Stream mit Preisbox und allem drum und dran. Puh, so Freunde. Aber das war's für den heutigen Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.